Ja hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial Video. Wir sind heute in San Geminayo in der Toskana unterwegs und suchen die Glyphe der Erfinder. Ihr habt hier gerade die Position auf der Karte gesehen und genau an dieser Position könnt ihr dieses Glyphen Rätsel finden. Das Rätsel ist tatsächlich vergleichsweise einfach. Ihr müsst ganz am Anfang hier nur diese ganzen Leuchtglühböhren aktivieren. Ihr seht, wie ich das hier mache und danach müsst ihr an verschiedenen Punkten verschiedene Auffälligkeiten finden, was ebenfalls nicht ganz so schwierig ist. Das heißt, ihr kriegt hier die verschiedenen Bilder, habt dann eure Suche und müsst euch dann immer weiter reinklicken. Da habt ihr gerade bereits das erste gesehen. Weiter geht es hier. Da sehen wir also auch eine Möglichkeit hier weiter zu gucken und müssen jetzt herausfinden, wo da unser spannender Teil zu finden ist. Und danach habt ihr es eigentlich auch schon geschafft. Das war die Erfinder Glyphe. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Das war die Erfinder Glyphe.